Antenne Bayern. Der kleine Nils. Bayerns süßester Telefonschreck macht Deutschland verrückt. Du bist viel zu klein. Du bekommst kein Taschengeld von uns. Du bekommst dein Taschengeld von der Mama, nicht von uns. Ist die Mama da? Gib mir doch mal deine Mama. Nee, die Mama ist nicht da. Die Mama ist auf Arbeit und... Die Mama ist auf Arbeit? Und deine Mama, die bekommt Geld von uns? Hat sie gesagt, dass sie Hartz IV kriegt. Na, was macht denn die Mama? Na, die telefoniert bei der Keuchhusten-Hotline. Die Mama telefoniert bei der Keuchhusten-Hotline? Ja. Na, ich hab einmal mitgehört. Wir haben doch zwei Telefone zu Hause. Und dann war immer die Mama dran. Und als sie bimmelt hat, bin ich aus Versehen auch mal rangegangen. Und da sind dann immer Männer dran, die haben Husten und so. Da sind Männer dran, die haben Husten? Ja, die machen dann immer so... Du, ich glaub nicht, dass die Männer Husten haben. Das ist die Mama. Doch, so hat's... So hat's mir die Mama aber erklärt. Die Mama... Das ist doch gar nicht. Gib mir mal deinen Namen. Was hat denn die Mama für eine Telefonnummer da? Der Mama ihre Telefonnummer? Ja. Null? Ja? Eins? Ja? Neun? Ja? Null? Nee, äh, die... nee. Die Nummer brauch ich nicht. Das ist die Keuchhusten-Hotline. Nee, warte mal. Ich hab deine Nummer hier im Display stehen. Sag mal deiner Mama, sie soll sich mal bei uns melden. Kannst du ja sagen, der Mann vom Arbeitsamt hat gesagt, sie kriegt jetzt richtig Ärger? Wir werden uns mit deiner Mama in Verbindung setzen. Weil das... das geht nicht. Das ist nicht drin. Das geht einfach nicht. Das darf sie nicht. Das ist verboten. Da kannst du ruhig anrufen, weil dann... Ja, das mach ich. Ja, dann bist du nämlich bei Antenne Bayern. Wo bin ich da? Bei Antenne Bayern. Haha, deine Sauerei. Das ist nicht wahr, oder? Der kleine Nils. Bayerns süßester Telefonschreck. Nur auf Antenne Bayern.